Murheim dann auch auf der linken Seite, da ist Konkurrenzkampf pur angesagt, da geht das, da wird das rocken, da wird das knallen, da wird das auch im Training sicherlich den einen oder anderen Berührungspunkt geben, denn einer kann nur spielen, ja, auf der linken Bahn. Also ich bin gespannt, auch nachher eure Einschätzung, was sagt Katterbach, ja, schafft er den Murheim-Sprung, kann er Murheim auf der linken Seite verdrängen, denn das wird jetzt auch sein Ziel sein, denn er kommt ja nicht aus Köln, um sich dann hier auf der Bank zu setzen, denn er hätte das auch in Köln machen können. Also von daher, ich glaube, der wird fighten, bis der Arzt kommt, um Murheim da richtig Druck zu machen. Ich bin gespannt, also Konkurrenzkampf ist wieder vorhanden, geile Nummer, ist allerdings aber nur ausgeliehen und meines Wissens nach ohne Kaufoption, also er hilft uns nur für die Rückserie.